Hey Leute, Kevin hier. In letzter Zeit wurde ich relativ häufig gefragt, was denn tatsächlich besser ist. Ob man jetzt eher einen Hebel aufbauen soll, ob man eher auf Cashflow gehen soll. Und da ist die Antwort natürlich schwierig, weil beide Seiten natürlich Vor- und Nachteile. Es sei denn, es gibt eine Möglichkeit, wie du sogar beides gemeinsam machen kannst. Und im heutigen Video möchte ich dir eine Möglichkeit vorstellen, wie du nicht nur 10% in der APR auf Ethereum bekommen kannst, sondern auch gleichzeitig noch einen zweifachen Hebel drauf. Und zwar mit der Hilfe von Lido und Aave. Lass uns an der Stelle mal ganz vorne starten für die Leute, die vielleicht Lido oder Aave noch gar nicht kennen. Und zwar, wie immer auf meiner Lieblingswebseite, DeFi-Lama, die aus meiner Sicht, also wenn es dir darum geht, ich sag mal so einen ersten Einblick zu bekommen über ein DeFi-Protokoll oder du möchtest ein DeFi-Protokoll so ein bisschen näher analysieren, ist einfach DeFi-Lama eine super Webseite. Und das siehst du auch hier schon auf Platz 2 haben wir Lido und auf Platz 4 haben wir Aave. Das heißt, wir reden da von den größten Playern im DeFi-Space, wenn es um das TVL geht, das Total Value Log. Und Total Value Log ist einfach nur ein, ich sag mal, ziemlich starker Indikator, wie nützlich tatsächlich ein Protokoll ist. Sowohl Lido als auch Aave sind auch beides Decentralized Autonomous Organizations. Und auch dort, wenn wir hier das Ranking anschauen, sehen wir auf Platz 3 haben wir Aave und derzeit auf Platz, Moment, ist Platz 7, ja Platz 7 haben wir entsprechend Lido. Das heißt auch, was die Organisationen entsprechend angeht, spielen die ganz vorne mit. Und das soll nur heißen, die Strategie, die ich dir heute vorstelle, das ist nicht so eine unbekannte No-Name-Strategie, die kein Mensch kennt und super riskant ist, sondern wir reden tatsächlich über eine Strategie, die man mit den größten DeFi-Protokollen tatsächlich umsetzen kann. So, jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass wir nicht nur 10% Rendite auf Ethereum haben wollen, sondern auch zusätzlich einen zweifachen Hebel drauf. Und die Rendite vom Ethereum, die kommt in der Strategie vom Staking. Und Staking kannst du unter anderem auch bei Lido Finance machen, als das, was ich dir gerade schon vorgestellt habe. Aber du siehst auch hier die Liste, ist unglaublich lange mit den ganzen Staking-Provider, wo man überall entsprechend Staking für Ethereum betreiben kann. Und an der Stelle stellt sich natürlich jetzt die Frage, aber warum genau wären wir Lido aus und nicht ein von den ganzen anderen Protokollen? Und das machen wir deshalb, weil Lido ein Liquid Staking-Protokoll ist. Und das heißt, oder vereinfacht gesagt heißt das, dass in dem Moment, wo du Staking betreibst bei Lido, bekommst du deine gestaken Ether in deine Wallet. Das heißt, du hast die volle Kontrolle, selbst wenn du das Staking betreibst, was du jetzt beispielsweise bei einer Cefi-Plattform nicht hast. Weil bei einer Cefi-Plattform, wie beispielsweise Coinbase, wie KekDefi und so weiter und so fort, da gibst du ja die volle Kontrolle ab, auf deine Private Keys entsprechen und das Unternehmen tut dann die volle Verantwortung dafür übernehmen. Aber du hast eben keinen Zugriff drauf, die Coins könnten eingefroren werden und so weiter und so fort. Und bei Lido ist es so, dass in dem Moment, wo du Staking betreibst, hast du nach wie vor deine Coins in deiner Wallet. Das heißt, du bist komplett flexibel, du bist nicht unbedingt auf die angewiesen. Also indirekt schon, aber ich sage jetzt, die können ja nicht irgendwie deine Coins einfrieren oder sonst was. Und genau deshalb erlaubt auch Lido beispielsweise, dass wir dann deine gestaken Ether nehmen und die dann noch bei anderen DFA-Protokollen entsprechend hinterlegen. Es gibt allerdings auch noch mehr Gründe, die für Lido sprechen. Und zwar erstens, dass es derzeit von allen Staking-Provider für Ethereum, der derzeit mit Abstand größt ist, mit so ungefähr 25,6%. Wenn wir uns mal den zweitgrößten Provider anschauen, der zählt Coinbase mit ungefähr 13,11%. Also ja, mehr als doppelt so groß, als der zweitgrößte Competitor. Und das sieht schon einiges über Lido aus, weil im Allgemeinen würde ich sagen, dass du im DeFi-Space wahrscheinlich so als grobe Postformel de merken kannst, je größer so ein DeFi-Protokoll ist, desto tendenziell sicherer ist es auch. Natürlich gibt es da immer mal wieder die eine oder andere Ausnahme, aber im Allgemeinen glaube ich, es ist eine Postformel, die man durchaus so sagen kann. Zusätzlich ist es so, dass Lido auch schon zigfach auditiert wurde. Du siehst ja auch die ganzen Audits bei GitHub, die du in der Theorie natürlich alle durchlesen kannst. Siehst auch hier auf der rechten Seite, die wir IT sind, das sind alle noch relativ jung, weil auch Lido an sich ein relativ junges Protokoll ist. Und ich würde mal sagen, der dritte Grund, der ebenfalls für Lido spricht, ist, dass sich die Kosten so im Rahmen halten, sage ich mal. Also die Kosten sind absolut Durchschnitt, würde ich sagen. Wenn du hier mal auf die Webseite gehst, kannst du ja jederzeit entsprechend nachschauen. Wenn du dann hier bei Ethereum auf Stake Now entsprechend draufklickst, kommst du zu dieser Webseite hier und dann siehst du hier die Reward-Kosten von ungefähr 10%. Das heißt, 10% liegen nicht von dem Kapital weg, was du entsprechend zum Staking freigibst, sondern nur tatsächlich von deinen Einnahmen, von den Earnings. Und wie gesagt, diese 10% sind auch absolut Standard. Die hast du auch beispielsweise, wenn du zu Coinbase gehst, wenn du zu Cake Defa gehst, wenn du zu den ganzen anderen Big Playern gehst, da zahlst du fast überall 10%. Und 10% sind auch aus meiner Sicht absolut in Ordnung, weil im Vergleich zu dem ganzen Aufwand, den du hättest, deine eigene Masternode entsprechend zu betreiben, das ist nicht nur für Aufwand, sondern es kostet dich natürlich auch Geld. Von daher sind meine Meinung nach die 10% absolut in Ordnung. Jetzt, wenn du selbst tatsächlich über Lido staken willst, ist es auch relativ simpel. Also du gehst auf die Webseite, klickst auf Stake Ether, so wie ich es gerade schon gemacht habe, dann gibst du hier eine Menge ein, wie viele du tatsächlich staken willst. Ich habe jetzt nicht so viele in der Wallet, aber angenommen, du möchtest hier 10 Ether staken, danach bekommst du dann 10 ST Ether, also gestakete Ether. Und das kannst du dir in etwa vorstellen, wie so eine Art Quittung, dass in dem Moment, wo du ins Staking gehst, bekommst du einen anderen Token, der dir im Prinzip Zugangsrechte gibt zu deinen Ether, die du entsprechend hinterlegt hast. Also ähnlich wie bei den LP Tokens bei Curve, das kannst du dir in etwa ähnlich vorstellen, genau gleich ist es hier bei Lido, dass du im Prinzip dann die ST Tokens in deine Wallet bekommst. Und mit diesen ST Tokens kannst du dann auch andere DFA Protokolle entsprechend benutzen. Jetzt das Coole in Lido ist auch, dass du da deine Rewards nicht irgendwie manuell acclaimen musst, sondern da ist es einfach so, dass die Anzahl deiner Tokens im Zeitverlauf einfach zunimmt. Und das kannst du auch jederzeit hier transparent auf der Website entsprechend nachschauen, indem du hier oben auf Rewards draufklickst und dann werden dir hier deine entsprechenden gestakten Ether, die du neu verdient hast, die werden dir hier dann entsprechend angezeigt. Und du kannst auch zu jedem Zeitpunkt deine gestakten Ether wieder umtauschen. In Ether, indem du beispielsweise hier auf eine Dex gehst, wie beispielsweise Curve, suchst nach dem entsprechenden Pool mit gestakten Ether, gibst dir beispielsweise deine Anzahl ein, 10 Ether, tust du umtauschen in normale Ether, siehst du hier bekommst du nahezu 1 zu 1 die gleiche Menge von gestakten Ether wieder zu Ether. Jetzt habe ich ja eingangs erwähnt, dass wir nicht nur eine APR wirtschaften von 10%, sondern auch zusätzlich einen zweifachen Hebe aufbauen. Wenn wir jetzt allerdings mal bei Lido reinschauen, dann bekommst du derzeit nur in Anführungszeichen nur eine APR von so ungefähr 5,5%. Das heißt knapp die Hälfte von dem, was wir tatsächlich erreichen wollen. Und genau an dem Punkt kommt jetzt beispielsweise Aave ins Spiel. Und Aave ist einfach nur ein Borrowing-Protokoll, was du eventuell auch schon von meinen vorherigen Videos kennst, was dir erlaubt, dass du Assets als Kollater hinterlegen kannst und dann entsprechend einen Kredit aufnehmen kannst. Rein in der Theorie könntest du natürlich auch auf Make-It-Out zurückgreifen, auf die Oasis-App, das ist die Benutzeroberfläche. Da kannst du ebenfalls gestakte Ether hinterlegen, allerdings mit einer Überversicherungsgrenze von 160% und 185%, was relativ unattraktiv ist. Im Vergleich zum Beispiel das heißt ja Aave, das Aave einfach nur ein Vielfaches effizienter. Und an sich ist es auch relativ simpel, die Vorgehensweise im Prinzip die, dass wir jetzt die gestakten Ether als Kollateral hinterlegen, dann entsprechend einen Kredit aufnehmen in eine Stablecoin, diese Stablecoins umtauschen, wieder in gestakte Ether, nochmal als Kollateral hinterlegen, dann nochmal einen Kredit aufnehmen, dann wieder gestakte Ether damit kaufen und nochmal als Kollateral hinterlegen, bis wir irgendwann mal die zweifache Menge in gestakten Ether als Kollateral haben und dann entsprechend einen offenen Kredit, so dass du in Summe die doppelte Menge in APR bekommst auf deine gestakten Ether und noch zusätzlich einen zweifachen Hebel, wodurch du dann natürlich auch die zweifachen Kursgewinne, genauso auch wie natürlich Kursverluste, entsprechend mitnimmst. Wie das funktioniert, nur, also ich werde es jetzt nicht eins zu eins mit meiner Wallet entsprechend durchmachen, einfach nur von der Funktionsweise her, dass ihr auf der linken Seite, also bei den ganzen Assets, die du als Kollateral hinterlegen kannst, da suchst du jetzt entsprechend gestakte Ether. Moment, wo sind sie? Die sind hier. Dann tust du hier entsprechend einfach auf Supply draufklicken, die werden dir dann auch nicht grau hinterlegt angezeigt in dem Moment, wo du die in deiner Wallet hast, klickst du hier auf Supply und ab dem Zeitpunkt, wo du das gemacht hast, kannst du dann hier auf der rechten Seite dir einfach einen Stablecoin aussuchen, den du entsprechend ausleihen möchtest als Kredit. Auch da wird dann hier dieses Borrowing nicht mehr grau hinterlegt sein, sondern du kannst entsprechend dann einen Stablecoin ausleihen. Also, klassisches Beispiel, sagen wir mal, du hast 20 Ether, die du hier auf der linken Seite als Kollateral hinterlegst, dann sagen wir mal, du nimmst einen Kredit auf, 15.000 Dollar in dem USDC. So, jetzt hast du die neuen USDC in deiner Wolle. Was machst du mit denen? Du gehst, also theoretisch hast du zwei verschiedene Optionen. Entweder du hinterlegst sie, so wie wir es gerade schon bei Lido gemeinsam gemacht haben. Das heißt, du nimmst diese USDC, gehst dann beispielsweise zu Uniswap, sagst, hey, die 15.000 USDC, die hätte ich gerne in Ether getauscht, dann bekommst du knapp 10 Ether. Mit den Ether könntest du jetzt wieder zu Lido gehen, klickst auf Stake Now, tust du wieder entsprechend hier hinterlegen, bekommst du die gestakete Ether und kannst die dann wieder hier bei ARA entsprechend hinterlegen. Das ist die erste Option. Oder zweite Option, du brauchst das Ganze auch nicht über Lido machen, sondern könntest auch einfach deine gestaketen Ether entsprechend kaufen. Das heißt, wie du da vorgehen würdest, zunächst mal hier USDC in Ether entsprechend tauschen und dann würde ich dir empfehlen, dass du für einen Tausch von gerade diesen ganzen, ich sag mal Stable Pools, also von Assets, die preislich nicht stark schwanken, dass du da entsprechend auf Curve gehst und dann könntest du hier deine Ether in gestakete Ether entsprechend umtauschen und siehst, für 10 Ether bekommst du ungefähr derzeit 9,9 gestakete Ether. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass du für deine Ether ein bisschen weniger gestakete Ether bekommst. Deshalb ist es rein von der Effizienz her wahrscheinlich besser, wenn du direkt zu Lido gehst und hier deine Ether hinterlegst, wenn du da wirklich 1 zu 1 die gleiche Menge bekommst. Das heißt, wenn du 10 Ether hinterlegst, bekommst du auch wirklich 10 an gestakete Ether und könntest die dann wieder hier bei ARW entsprechend als kollatral hinterlegen. So, lass uns zurückrechnen, wir hatten ursprünglich 10 Ether, jetzt kommen 10 neue dazu, das heißt, wir haben schon einen 1,5-fachen Hebel. Jetzt müsstest du nur das gleiche Spiel nochmal wiederholen und nochmal 15.000 an USDC als Kredit aufnehmen, wieder zu Curve gehen, wieder umtauschen in gestakete Ether und die nochmal hinterlegen, bis du dann irgendwann bei 40 gestakete Ether bist, also der zweifachen Menge und das heißt natürlich dann auch gleichzeitig, dass du auf die gesamte Menge ungefähr 5,5% an Rewards erwirtschaftest oder sagen wir mal knapp 5%, aber weil du ja ursprünglich nur 20 Ether als Kapital hattest, bekommst du ja entsprechend die doppelte Menge, die entsprechenden 10%. So, jetzt zu den Risiken und zwar benutzen wir für die Strategie zwei verschiedene Protokolle. Wir benutzen einmal Lido und wir benutzen andererseits A. Das heißt natürlich auch gleichzeitig, dass du das doppelte oder das zweifache Smart Contract Risk hast. Das heißt, dass es irgendwelche Bugs gibt, irgendwelche Sachen, die irgendwelche Hacker entsprechend exploiten können. Das heißt, die jetzt doppelt werden natürlich zwei verschiedene DeFi-Protokolle bewendet. Und ja, wir reden da definitiv von den Größenkleiden im DeFi-Space und ich persönlich würde auch sagen, dass es also arg viel sicherer geht es wahrscheinlich nicht, aber trotzdem darf man einfach diese Smart Contract Risk aus meiner Sicht nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das wäre jetzt beispielsweise keine Strategie, die ich mit dem Großteil von meinem Portfolio machen würde, weil das für mich persönlich einfach zu riskant ist, weil ich nicht nur das eine Smart Contract Risk habe von dem einen Protokoll, sondern zusätzlich noch ein zweites mit dazu. Das ist das erste Risiko und das zweite Risiko wäre natürlich ein potenzieller D-Pack von den gestakten Ether. Weil wenn du die dann irgendwann mal wieder zurücktauscht und dann weniger Ether bekommst, das wäre natürlich unschön. Und das kannst du auch entsprechend selbst nachschauen, bei CoinMarketCap, wie sich das in der Vergangenheit bisher entsprechend entwickelt hat, indem wir mal hier bei Lido Staked Ether entsprechend reinschauen und dann siehst du hier den aktuellen Preis im Dollar gemessen. Der Preis im Dollar gemessen, der sagt uns relativ wenig aus, weil ja, wir könnten den jetzt den Preis, also den Chart vergleichen mit dem Ether-Chart, aber müssen wir den ganzen Tag hin und her springen, das wäre ein bisschen unpraktisch. Also gehen wir hier oben rechts auf die Währung, die wir entsprechend auswählen können, und werden dann nicht United, also nicht den US-Dollar aus, sondern entsprechend Ether, also dass der Preis vom Lido Staked Ether in Ether gemessen angezeigt wird. Und jetzt schauen wir mal hier über den letzten Tag, okay, relativ konstant, wenn wir jetzt hier mal, ich sag mal, über die letzten sieben Tage gehen, über den letzten Monat sehen, ja, ist doch relativ konstant, du siehst allerdings immer mal wieder so zacken, wo das Ganze ausabitragiert wird. Wenn wir die letzten drei Monate sehen, sehen wir schon, da gab es in etwa ein D-Pack von ungefähr 4%. Wenn wir jetzt mal hier über das letzte Jahr entsprechend das Ganze anschauen, oh, wir hatten ja teilweise ein D-Pack von ungefähr 6%, gerade in der Crashphase, wo die ganzen CIFAR-Protokolle und so weiter insoweit gegangen sind, sehen wir hier, hatten wir über mehrere Tage ein D-Pack von ungefähr 6 bis 7%, bevor sich das Ganze entsprechend wiederholt hat. Und wenn wir uns hier mal die komplette Dauer entsprechend anschauen, okay, ganz zu Beginn war es ein bisschen wilder, dann war es relativ konstant, dann wieder leicht D-Pack und dann wieder relativ konstant. Also siehst da, in dem Moment, wo du jetzt nicht auf den Preis drauf schaust von deinen gestakten Ether, kann es sein, dass wenn du die zurücktauschst, dass du einfach einen ungünstigen Preis bekommst. Und genau deshalb würde ich immer darauf achten, dass in dem Moment, wo du das umtauschst, dass wir dann möglichst in der Phase sind, wo das Ganze relativ konstant ist. Jetzt ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass der gestakte Ether irgendwann mal später stark einen großen D-Pack hat, dauerhaft im Vergleich zu Ether. Ich meine, also ich persönlich denke, dass den Großteil von der derzeitigen Krise haben wir wahrscheinlich schon preislich gesetzt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es von hier nochmal sich 60, 70, 80 Prozent nochmal tiefer geht, so wie wir es davor gesehen haben. Von daher mache ich mir da persönlich relativ wenig Gedanken. Allerdings würde ich den Preis trotzdem mit meinem Auge behalten, dass du einfach frühzeitig agieren kannst, fassend doch mal was anbrennen solltest. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Also es ist schon cool, welche Möglichkeiten es heutzutage alles über die vergibt, oder? Also ich meine, wenn wir das mal vergleichen mit Jahr 2018, 2019, es war so totlangweilig im Bärmarkt. Es war einfach nur Beinauter gesagt. Es war, ja, es war einfach nur langweilig, öde. Irgendwie ging es so gar nichts. Es war, ja, es war eine frühbare Zeit, als Investor da tatsächlich durchzustehen. Aber wenn ich das jetzt mit heute vergleiche, wo wir ebenfalls im Bärmarkt sind, wo wir ebenfalls einen größeren Crash gesehen haben, aber wo wir trotzdem die ganze Zeit Staking-Rewards bekommen oder irgendwelche anderen Rewards entsprechend erwirtschaften können. Wir können zusätzlich noch Hebel aufbauen und so weiter. Es ist einfach eine komplett andere Welt, wie sich der Kryptomarkt seit dem letzten Bärmarkt zum neuen Bärmarkt entsprechend durch die Fahnsprecher entwickelt hat. Auch die Strategie, die ich dir heute vorgestellt habe mit Lido und Awe ist die Strategie, die ich persönlich irgendwann mal später tatsächlich selbst durchführen werde. Ich halte allerdings derzeit noch so ein bisschen die, ich sag mal, physisch still, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wir jetzt eventuell gegen Jahresende so eine Art, ich sag mal, Bärenmarkt-Rallys sehen, bevor es tatsächlich noch ein bisschen tiefer geht. Von daher will ich den Teil von meinem Risikokapital vorerst mal noch in der Cash-Position lassen und warte dann auf einen, ich sag mal, günstigeren Zeitpunkt, wo ich dann entsprechend einsteigen kann. Kann natürlich auch schief gehen, vielleicht verpasse ich die besten Preise, weil wir schon den entsprechenden Boden gesehen haben. Aber ja, wie gesagt, das ist nur ein Teil von meinem Risikokapital. In so eine Strategie würde ich nie mit einem Großteil von meinem Portfolio entsprechend reingehen, weil das Ganze eben, wie gesagt, das zweifache Smart-Contract-Risk hat. Und wie immer gilt, natürlich, falls du das Video hilfreich findest, lass gerne ein Like da, falls du mehrfach auf meinem Kanal sehen möchtest, einfach unten auf Abonnieren klicken und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.